Wir wollen jetzt das mit den Scheissbeats. Wir kommen jetzt zu unseren Musikern. Wir improvisieren, wir machen etwas. Das ist schon etwas mit den Zehnern. Und wir sind Musiker. Wir improvisieren, wenn wir wählen willst. Komm, stell den Scheiss ab. Okay, cool. Wir lernen früh den Bassisten, Armando. Wir machen Lerngrüße, Gitaristin Olli. Wir machen Lerngrüße, Drummer, der Rambo. Okay, spielen wir einfach mal irgendwas. Wir passen uns schon. Mal einen Track. Und dann machen wir unsere Lieder. Wenn wir nicht studiert können. Wo ist es gut? Er gehört sich nicht. Mit dem Bass. Mit dem Gitarren gehört er nicht. Wo hin? Gut. Ich weiß noch nicht genau, wo sie jetzt reifen. Ich höre Gitarren auch fast nicht. Sofrieden Gitarren. Wo Wahler singt ein foam! Gut. Immer wiederชbase. Musik 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 Gut, gefällt euch das? Das ist auch gefordert, weil das CD gut. Okay, ich würde mal sagen, wir fangen jetzt mit Mike an. Hey, komm, wie kannst du mit dem Mike? Du musst fahren für den ersten Schritt. Oh, oh, check, check. Nee! Regue! Komm iss, Regue! Ja halt, ja halt! betrifft, meetor! Mit zwar, gehts, 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 gehts! Ich bin ein Blink, Blink, Blink. Oh, it's cool! Ja!